Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von den psd-tutorials.de QuickTips. In der heutigen Episode kümmern wir uns um den sogenannten X-Ray-Effekt bei Texten. Ich werde heute extra für euch den Text durchleuchten und die verborgensten Knochen zum Vorschein bringen. Ihr dürft gespannt sein und ich hoffe, euch gefällt der QuickTip. So, bevor wir zum QuickTip kommen, noch einige Fakten zum Text. Ich benutze Aria Black und die Schrift ist sehr fett und scharfkantig, aber das will ich nicht haben. Ich möchte lieber die Ecken abgerundet haben. Und dazu muss ich einfach mit STRG und CLICK auf das kleine T eine Auswahl vom Text erstellen. Und unter Auswahl, Auswahl verändern, abrunden kann ich die Ecken wunderschön abrunden. Ich habe schon was vorbereitet. Hier seht ihr das Resultat. Wenn ich die Auswahl wegnehme, könnt ihr es besser erkennen. So, so sollte es im Idealfall aussehen. Okay, dann wollen wir mal jetzt loslegen. Zunächst werde ich die Textebene, die Fläche auf 0% reduzieren und das duplizieren. Die unterste Textebene mit einem Doppelklick komme ich den Ebeneneigenschaften und kann einstellen. Ein Schein nach innen, hellblau, Deckkraft ca. 20-30%. Überfüllen 10 und Größe ungefähr 20, genau. Und noch ein Schein nach außen, auch wieder das hellblau. Okay, dort die Deckkraft auf 10% und die Größe auf ca. 30, ja, reicht, genau so. Okay, jetzt die oberste Textebene. Dort müssen wir einfach auch nur einen Schein nach innen machen. Hellblau wieder. Und da die Deckkraft einfach nur auf 100 erhöhen. Knochen können wir jetzt einblenden. Die habe ich einfach mit einem weißen Pinsel, einem harten weißen Pinsel gemalt. Jetzt muss ich ihn noch positionieren. Perfekt. So, ich dupliziere den Ordner und füge ihn zusammen. Der andere Ordner wird ausgeblendet und vorher wird noch die Fläche auf 0% reduziert und dupliziert. So, und jetzt muss ich einfach nur die beiden Ebenenstile kopieren und je entsprechend einfügen. Und dann wäre schon der Röntgeneffekt fertig. Ist eine nette kleine Spielerei und gibt den besten Knochen vom Text zum Vorschein. Und das war die zweite Folge von den psd-tutorials.de Quicktips. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, hast du mal eine Minute?